Aber wenn der das so billig macht, dann mach ich das doch auch, das ist doch kein Thema. Noch dazu, weil ja der Spawn direkt vor meiner Haustür ist. So, was hab ich denn jetzt noch? Da hab ich jetzt noch 200. Geht's aufwärts, Moe. Such deinen Reis, ich hab Geld. Ich bin grad am 3, das hau grad auf meine Moll was ein. Ach. 7x8. 4. 5x6, du Pissler. Energie. So. Jo, jetzt bin ich wieder auf fast 100 Goldreicher, das ist sehr schön. Also, ich weiß jetzt, dass man mit ner Lore von 100, 105 Asche aus nem Stack bekommt. 105 Asche sind 12 Komma, schlag mich tot. Gold. Alter, wo können wir mal 30 bis 40. Ja, so ungefähr, ja. 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 Ja, ich hab grad ne Russa-Ex gelootet, jetzt geht's langsam bergauf. Oh man, oh man, oh man, das ist jetzt nicht wahr. Warte mal, da steht, ich hab grad so in Facebook in so einer Gruppe was bekommen. Dieses, was diesmal kein Fake steht, auch in Facebook drin diesmal. Liebe WhatsApp-User. Hier, das Facebook-Team, haben, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, den kostenlosen Messenger WhatsApp für insgesamt 16 Milliarden Dollar gekauft. Da wir nun WhatsApp besitzen wollen, wir nur die User haben, die WhatsApp auch wirklich nutzen. Deswegen möchten wir alle, die an diese Nachricht erhalten haben, darum bitten, sie an alle Kontakte weiterzuleiten. Geschieht dies nicht, nehmen wir das als Bestätigung, dass dieser User WhatsApp nicht benutzt und somit wird sein Konto entfernt. Ich würde mal wissen, wieviel Idioten das teilen. Ich hab keine Ahnung, aber ich find das so geil. Ist das geil. Ach, mein Beiler, denn alle, die so dämlich sind. Ach, göttlich. Nee, also da machst du schon was mit. Also ich glaube, ich glaube, manche Leute ist sowas wie Facebook oder WhatsApp ist etwas magisches. Dahinter steht gar keine Firma. Steht gar keine Firma und echte Menschen, die da arbeiten. Das kann so sein, ja. Gisela, das ist ein Fake. Lol. Der erste Post runter. Das ist ein Fake. Ja, aber auch Genius, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, unter anderem nur noch so ein Lachen, das ist Miley. Ich glaube, die lachen sich gerade alles kaputt über die. Aber ich muss zugeben, die, die das geschickt hat, ist auch schon ein bisschen älter. Also die ist da schon eher, die glaubt da schon eher an solche Sachen. Also es ist so ein Computerligaszeniker halt. Internet ist das magische, was aus der Leitung kommt. Absolut. Internet ist aber nicht so sauber wie Leitungswasser. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ich habe gerade eine Rouser-Ex getroffen. Da ist doch nice. Also ich habe so viele Ritualisten Karkas, ich kann das gar nicht transportieren. 7,5 Stacks, ey. Mega nice. Ich habe jetzt gerade drei Pferde und einen Molver, die schicke ich jetzt auf einen Rouser. 15 Gold pro Stack und ich habe sieben. Nice. Dr. Chaos mag das. Ja? Geld, 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 Geld. Hauptsache, das ist halt echt nur Witz. Du gehst alle halbe Stunde fünf Minuten raus und hast 15 Gold. Und wenn dir langweilig ist und du mir das Zeug farmst, dann bekommst du 10 Gold pro Stack. Fett. Aber mit dem Blut. Und wenn du das jetzt nicht mehr so gut bist, dann bekommst du das Zeug. Und wenn du das jetzt nicht mehr so gut bist, dann bekommst du das Zeug. Untertitelung des ZDF, 2020